und da sind wir wieder ein herzliches willkommen hier zur force of nature so ich habe dann in der letzten folge gesagt ich werde hier weitermachen und das habe ich auch getan ihr seht ich habe hier diese mauer schon mal weiter geführt die sollte auch wenn es jetzt bis dahinten hingeht eigentlich keinen fein durchlassen und ja unsere hühner und unsere qm die sind auf jeden fall gut aufgehoben also als erstes werde ich natürlich erst mal wieder wenn man andere games auch noch macht manchmal von der steuerung dann wieder gewöhnungsbedürftig was man denn machen muss so ich werde erst einmal das ganze zeug hier wieder einsammeln und wird auch alles erstmal wieder anpflanzen so das geht ja eigentlich auch recht schnell wir brauchen auf jeden fall dieses ganze zeug um uns zum einen was war es brot herzustellen und auch kaffee ja gerade sammeln ich ihn eigentlich genauso gut um füttern also ich habe da auch gemerkt man kann die kuh anscheinend immer wieder füttern und einfach die milch hier drin lassen also man muss die nicht rausnehmen solange man sie nicht braucht das werde ich jetzt auch mal tun so ansonsten die eier das gibt glaube ich genauso ja also auch da funktioniert das recht easy so ich werde mir jetzt noch ein wenig kaffee brauen ich weiß jetzt gar nicht was habe ich ja hergestellt 20 mehl habe ich hier hergestellt und ich werde jetzt auf jeden fall moment das brauche ich brot ich werde jetzt mal ein bisschen brot produzieren und zwar alles was ich habe also ich verballe jetzt die 20 mehl das braucht natürlich eine zeit lang macht aber gar nichts was kann ich hier herstellen so was ich auch noch hergestellt habe ist die kupfer axt ich habe die kupfer spitzhacke hergestellt das was mir noch fehlt ist die schaufel und ich habe aber auch noch keinen reisen waren deswegen war ich doch war ich da nicht noch mal unterwegs um mir erze zu sammeln da fehlen mir noch münzen aus erzen nein also das ist jetzt etwas was ich auf jeden fall noch machen muss ich muss erze sammeln und dass ich hier ein bisschen was zusammen bekommen jetzt weiß ich natürlich nicht für was ich immer alles braucht bei den dekorationen hat sich noch nichts getan also das sind wir immer noch genauso wie vorher konstruktionen kann ich mittlerweile ja den unterstand machen da brauche ich aber noch ganz viel zeug von daher dachte ich mir ich stelle mir noch eine zusätzliche kiste her aber moment und dekorationen nein jetzt gehe ich schon wieder auf dekoration aber konstruktionen und zwar noch eine kleine kiste möchte ich mir herstellen da brauche ich natürlich auch heißen weil ich einfach ein bisschen die zutaten für verschiedene sachen dann hier rein tun möchte so jetzt schaue ich erst mal in den krug habe ich raus geschmissen der bleibt auch da wo er ist arbeit zwisch habe ich bretter hergestellt war auch notwendig jetzt gucke ich nur dass ich die anderen zutaten hier noch weg bekommen ich werde jetzt mal die steine hier noch mit rein tun stein stein gehen da nur 45 übereinander nicht 50 gehen wir einander okay steinsplitter weiß ich auch nicht für was ich den jetzt brauche so da waren dann pilze und gewürze rosmarin zum beispiel kann ich hier mit rein schmeißen halbieter moment palmbieter konnte mache ich mir doch schnell mal im seil und schon habe ich nämlich hier einen platz mehr bananen habe ich natürlich doch das bäume fällen hinzubekommen so dann kann ich das hier noch hin und ich weiß es ist jetzt nicht gerade spannend wenn ich jetzt hier anfangen die sachen rumzuschlichten allerdings möchte ich jetzt dann auch nicht unterwegs sein und die taschen voll haben mit allen möglichen zeug so stöcke gehen immer nur 500 stück übereinander ich schmeiße jetzt auch mal den weizen und die weizen samen und so weiter rein das kann ich ja dann später wiederholen mir ist es jetzt auch egal dass das schon abgelaufen ist erdbeersamen okay da habe ich noch kohle behalte ich mal drin was machen wir brot kann ich doch darauf tun zwei habe ich dann im moment nach die honig war bewahrer drüben ja dann schmeiße ich noch mal 100 stöcke hier mit rein also ich habe auf jeden fall einiges zeug dass ich auch gerne in die kisten loswerden möchte und ich weiß ich auch noch nicht für was ich brauche kaffeebohnen die kann ich jetzt dann gleich einsetzen um mir den kaffee noch herzustellen wasser brauche ich auf jeden fall dazu ich lasse mal den scheiß alles hier drin weil ich jetzt ehrlich gesagt auch dann ich weiß wohin damit weil halt einfach kein platz ist so die pfeilchen kann ich noch raus tun aber es stört auch überhaupt nicht wenn ich jetzt das bissel zeug noch drin habe import zinnwaren habe ich hergestellt entzafter den könnte ich eigentlich hier so neben den krug mal schmeißen weil den brauche ich jetzt im moment nicht äpfel ich würde halt dieses ganze zeug gerne rausschmeißen aber geht halt nun mal nicht nee so die kohle ist mir egal am bus kann ich gerade nichts da habe ich grünen der asche rot nehme ich zumindest die fünf jetzt noch mit die da gerade hergestellt werden so glühende asche mein gut kann ich mit einstecken das kann ich hier noch turm fahne tonflasche schmelztiegel glühende asche ich kann hier noch glühende asche herstellen weil da habe ich so viel von diesen von diesen essen mache jetzt einfach mal 60 so dann würde ich sagen wir machen uns auf und zwar hier in diesem bereich wieder oder ich hoffe mir hier hinter wir müssen ja noch wir müssen ja noch hat fällt mir gerade so ein abbrechen so hier um den nächsten level zu erreichen müssen wir ein force of nature stück finden nicht vollendet so force of nature ist ein altes artefakt dessen fragmente überall in der welt verteilt sind in steinen eingeschlossen diese steine werden streng bewacht finde alle stücke und erstelle das legendäre artefakt du wirst einen kompass für deine suche benötigen auch interessant der kompass kann am arbeitstisch hergestellt werden um ihn zu nutzen lege ihn ins inventar waren der verschiedenen metalle können doch schmelzen von ersten hochofen gewonnen werden ja okay das weiß ich ja also wir brauchen den kompass um dieses stück überhaupt erst zu finden dann laufe ich doch noch mal zum arbeitstisch und schau mal nach so wo ist da ist der kompass ich brauche sogar noch einen zinn waren interessant ein zinn waren kupferband gold waren was viermal glas wow okay ein schraubenzieher brauche ich vielleicht kann ich mir den herstellen nein kann ich nicht also ich muss auf jeden fall ähm erze noten und ich gehe heute wirklich mal in diese richtung hier warum habe ich das eigentlich das tor offen gelassen schön dass das spiel immer wieder so zwischenspeichert eventuell drehe ich hier die geschwindigkeit ein klein bisschen hoch dass der weg nicht zu lange wird na komm her putzi 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 jawohl wir sammeln auf jeden fall hier auch goldmünzen ein was natürlich hervorragend ist um natürlich auch die goldbahn herzustellen aber irgendwie habe ich das gefühl dass der knüppel nicht immer den halben schaden macht kupfermünze kupfermünze was ist hier umgezimmelt ein reh ne ne ziege voller ziege aber um dich kümmere ich mich jetzt nicht ich habe auch schon einen bären erlegt ich weiß jetzt gar nicht ob ich das gezeigt habe sogar in der letzten folge oder ob das by accident passiert ist kupfermünze ich werde mich jetzt jedenfalls nochmal ranwagen an den bären natürlich der haupt mit ganz schön schaden rein aber das fell und so weiter ist natürlich auch nicht schlecht ebenso dann fleisch so fangzähne brauchen wir meines wissens nach auch also es ist ganz gut wenn wir das zeug noch mit einsammeln so lass uns mal auf die karte schauen also ich möchte auf jeden fall hier in den hinteren bereich in den hinteren bereich lass uns doch mal durchs gestrüpp wandern zu den anderen so pilze und so weiter sammle ich jetzt nicht brauche ich mich unbedingt ab und zu mal auf die lehrtaste drücken ja komm her du kriegst auch dein fett ab vielleicht schaffe ich sogar bevor du weg läufst ach verdammt na gut ich schaff's nicht na dann komm du her komm her und gib mir deine münze die du hast oder mehr guck für münze gut da sind seerosen wenn man mit den seerosen später auch was anfangen kann kann ich die abbauen nö doch vielleicht brauche ich da ne axt ja ha ha ne axt dazu lass mich mal sehen was du zu mir gibst gibst du mir gar nichts nö die gibt gar nichts also vergeudete mühe dagegen zu hauen Bäume gibt es auf jeden fall all mass das wäre ja auch nett wenn wir den fuchs wieder sehen würden oh schade dass ich nicht rennen kann komm her fuchsi komm fuchsi ich will dich kaputt machen warte mal nimmst du weg bleib und rennen und rennen bleib doch mal stehen komm her so was hat denn der uns gegeben der hat uns fell und fangzahn gegeben ebenso das schwein das ist gut ich glaube es war jetzt natürlich ein kleines bisschen umbieg ist klar aber ich denke das fell hat sich gelohnt weil wir wollen uns ja auch noch von der ausrüstung her irgendwas herstellen können und dazu brauchen wir mit sicherheit fell war das also in ordnung dass ich den wieder zurückverfolgt habe da haben wir jetzt dann gleich mal paar steine kupfermünze da sind wieder ganz viele pilze die interessieren mich aber gar nicht so dann schauen wir mal wie die spitze funktioniert ich habe auf jeden fall gemerkt dass die axt bei bäumen enorm gut funktioniert also ich muss bei beitem nicht mehr so oft draufschlagen also man sieht schon hier fällt so einiges raus aus dem stein ich habe jetzt natürlich nicht das sind die ganzen teublinge hier ich habe natürlich jetzt keinen direkten vergleich aber ich habe immerhin acht steine rausgezogen und fünf eisen erz weil ich hatte einen sehr einsteck noch den bahn tue ich jetzt auch mal daher den apfel tue ich daher hab ich hier irgendwas ausdauer dann essen wir doch mal eine banane so weil dann würde ich sagen wir müssen ein wenig hier abbauen also ich habe zumindest das gefühl dass das hacken auf jeden fall schneller geht so ab und zu meinen Kaffee zwischendurch da sehe ich die ausdauer eigentlich den da den kleinen erstmal einfach mal durchhacken was haben wir denn da jetzt auf jeden fall einiges wie gesagt die pilze die lasse ich jetzt erstmal stehen das würde mir jetzt nur das inventar eigentlich unnötig voll ballern wichtig ist jetzt im moment wirklich ganz viel kupfer zu holen ich hau den stein so wie es mir gefällt bitte 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 und kostet mich kein geld so wohin fliegt ihr dahin okay das ist gut ich schaue jetzt auch gleich noch dahinter was es da hinten noch so alles gibt Kaffee, Äpfel und so weiter das alles werde ich mir jetzt nicht holen also ich habe es wirklich vorgesehen überwiegend auf die Ärzte zu gehen jetzt wird es zwar gleich dunkel aber das stört mich erstmal überhaupt nicht nein, nicht im Baum ich wollte mich nochmal umschauen hier waren da jetzt vielleicht zwei gestanden? kann das sein? weil irgendwie loote ich hier gerade sehr 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 viel mehr oh, Ausdauer wie was hast denn denn dein Kaffee dabei, Mensch, he? lasst uns das mal angucken jetzt hier schaut euch das an wie viel Stein und Eisnerz mal kurz ins Inventar gucken 37,17 ja, ich war auf jeden Fall einiger 37, also 13 Stein und 5 Eisnerz also Eisnerz hätte ich gehofft, dass es mehr ist aber es ist immer noch ganz viel da und ich denke ich werde auch noch eine Zeit lang weiter klopfen weil wir es auf jeden Fall brauchen mein Kaffee zwischendurch also jetzt ich meine ich so, du warst schneller fertig als gedacht Eisnerz, Eisnerz, Eisnerz also klar überwiegend ist es immer noch oh, hallo Schwein schade aber vielleicht schaffe ich es doch nein, natürlich nicht so, wir gucken jetzt mal auf die Karte oh, schaut mal wie weit wir jetzt schon gelaufen sind vom Lager weg wir haben ja hier einen schönen Strandausflug gemacht da vorne ist ein Bär ich werde noch mal lieber meine Ausdauer auffüllen bei dem Bär werde ich mir auf was jetzt? Eber und Bär? oh oh geht das abhauen so, gleich mal hier ein Brot essen ich hoffe das reicht, ne? komm noch mal, komm, hau zu das war knapp das war knapp ja, ich habe den Eber nicht gesehen ich dachte, das wäre das Schwein von gerade vielleicht sollte man nicht unbedingt im Dunkeln voranstürmen ich bin mal gespannt, wo das hier alles hinführt jetzt werde ich mal hier rum gehen hier habe ich auch rote Punkte gehabt kommt, fülle noch ein bisschen Leben auf weil wenn da wieder was kommt irgendein Gegner dann ist es nicht gut mit wenig Gesundheit das wir machen ich habe auch nur noch zwei Brote ich esse hier vielleicht auch noch einen Steinpilz meinen Bogen kann ich eh im Moment nicht nutzen also lege ich mir den Bogen mal in die in die Seite und nehme mir das Fleisch noch hier mit her es ist jetzt auf jeden Fall hell und ich werde hier mal weiter gucken ich bin immer schön am Strand entlang bleiben komm her du bist ein neues Schwein, du Schwein und geschafft, jawoll Fell und Fangzahn, das ist gut Ladekarte war jetzt eine sehr interessante Haltung mein Freund so wer kommt zuerst das Schwein jawoll das Schwein ah und der Goblin natürlich auch natürlich gleich ein Brot essen die Sau haut natürlich ab ist klar also mich würde es nicht wundern wenn jetzt hier Gegner der Stufe 2 auftauchen da ist die normale Sauna ja sind das vielleicht Jäger und das sind ihre Kampfschweine hier erst mal mache ich den Koch weg so und dann dich mal lieber halt ich mal auf die 3 drücken nicht auf die 4 bleib da ach die fix man sieht schon also der Verbrauch ist Gesundheit 10 in 10 10 in 10 also muss man gucken vielleicht jetzt wirklich erstmal ein paar Pilze essen dass ich hier meine Gesundheit wieder nach oben schießen lasse also Nahrung ist definitiv was ganz wichtig ist man sieht es und es wäre natürlich gut wenn du auch drauf schaust dass du immer gleich nach ist so also ich möchte jetzt nicht weiter bevor ich nicht folgen mit der Gesundheit komm erst noch ein Pilz dann laufen wir mal hier vor weil da ist eh wieder eine Sau so gleich nochmal ein Pilz reinschieben ach kommt ihr haut ja alle ab oh ok was das anders überlegt aber seht ihr der hat zum Beispiel schon Level 2 gehabt also hier geht es auf jeden Fall irgendwo hin was wichtig ist ich mache natürlich jetzt ein bisschen langsam und schaue dass ich meine Gesundheit immer oben halte weil wenn jetzt ja dann 2 oder 3 Feinde auf einen Schlag kommen ähm ich weiß nicht ob ich das dann verkraften kann mit nur ein paar Steinpilzen bist du der Angeschlagene? naja du bist der Angeschlagene yes aber hat sich auf jeden Fall gelohnt ich könnte auch mal schauen Mantel, Lenden Schurz kann ich finden? ja Lenden Schurz den kann ich mir herstellen Lenden Schurz kann ich herstellen das ist super und zwar von Hand hergestellt ohne dass ich dabei bleiben muss das ist natürlich auch gut Mensch wie viele Viecher hat es denn hier? kommt noch ein Schlag den hier noch also die sind alle Level 2 eigentlich schon von der Stärke her etwas zu stark insofern nehme ich mal an es wäre jetzt besser erst einmal wieder zurück zu gehen und ähm schauen dass ich mir genügend Brot fabriziere was ich dann beim nächsten Aus Ausflug mit ähm nutzen kann so nimm alles und wir können uns den Lenden Schurz hier hinlegen gut kann ich mir noch etwas herstellen Steinpfeil ja nein ah da brauche ich die Steinsplitter dafür Federn habe ich glaube ich nicht wirklich ich habe jetzt hier schon wieder ach das Schwein komm ich probiere es nochmal weil wenn dann wäre es schön wenn ich dich mitnehmen kann ach schade na soweit möchte ich jetzt nicht hinterherlaufen weil am Ende laufe ich wieder irgendwem in die Hände so jetzt bin ich mir nicht sicher bin ich da oben rum bin ich da unten rum ne ich glaube ich bin hier rum Oh Zinn brauchen wir noch dann könnte ich doch hier noch ein bisschen von dem Zinn abbauen bevor ich mich weiter mache äh die 5 ja das ist doch gut Spiel speichert schön wenn es speichert gut das sollte eigentlich für die 2 Zinnwaren genügen ich kann ja mal schauen Konstruktionen was haben wir gesagt was haben wir jetzt nochmal gesagt verdammt nochmal Konstruktionen wir brauchen nicht den Unterstand ach eben es ging jetzt wieder um den Levelaufstieg da ich ja dieses Force of Nature finden muss und ich dafür den Kompass herstellen muss so und der Kompass ist am Arbeitstisch so und da kann ich jetzt nicht nachschauen aber es war ein 2 Zinn so viel weiß ich noch das war ein 2 Zinn so gehe ich jetzt doch hier lang na super das ist eine Sackgasse Mensch da kommst du nicht raus da kommst du nicht raus wie gut dass ich die Zeit schneller laufen lassen kann Sonst wäre das nämlich für euch echt büde. So viele Pilze. Rüß mal bitte deinen Knüppel aus, Mensch. Ich denke so von dem, was wir jetzt alles gesammelt haben. Felle 4 haben wir noch. Auf jeden Fall recht viel Eisen und Zeug. Steine, ich weiß nicht, ob wir so viele Steine später brauchen werden. Aber, gut, dass wir es haben. So, wir haben es auch gleich geschafft. Ah, Windsaug, komm her. Komm ruhig her, mir ist es egal. Ich hab auch noch Futter und bleib still. Yes. Fell und Fangzahn. Dann probiere ich mal die Ziege. Ah, komm noch mal eins hinterher. Von den Dinger kann ich mal genug herstellen. Ladekarte. Ladekarte. Angeladekarte. Ja, ich hab die Ziege. Zähmen. Folge mir. Füttern. Oh, nicht genug Rohstoffe, okay. Dann fütter ich dich eben. Wenn wir zurück sind im Fort und das ist ja hier schon. Bist du mit drin? Ich will dich nicht rausschieben. So, ich will nur das Tor zu machen. So, liebe Ziege. Komm doch mal mit. Du stellst dich zu Emma mit in den, äh, in das Ding. Komm rein. So. Du bleibst hier. Äh, warte hier. So, warum hab ich jetzt die Tür zugemacht, wenn ich ja auch noch raus muss? So, dann schauen wir doch gleich mal, dass wir die Ziege füttern. Nimm alles. Nimm alles. Ich hab ja schon gesagt, die zwei Brunnen hab ich, äh, wirklich aus dem Grund gebaut. Weil einfach sehr viel Wasser benötigt wird. Ach. So. Dann müssten wir eigentlich auch alles andere schon hergestellt haben. So. Das ist ein bisschen aufwendig. Es wäre gut, wenn das, wiederhole letztes, immer gleich auf das Beet irgendwie zugeschnitten wär. Also ich hab quasi Kaffee drin gehabt. Und nochmal herstellen quasi, ähm, das andere. So. Kupferbann aus Münzen könnten wir einen herstellen. Ja, das lass ich jetzt mal, äh, das lass ich jetzt mal. Goldbaan, Eisenbahnen. So. Ich werd jetzt alle Eisenbahnen herstellen. So wie's geht. Haha, super. Wie viel hat mich? Moment. Was brauche ich? Ich brauch Kohle und glühende Asche. Dann sammle ich doch mal schnell die Kohle noch ein. Stell auch gleich wieder neue Kohle her. wozu ich natürlich einen baumstamm brauche aber das mache ich dann als nächstes irgendwas fehlt immer so jetzt sollte ich doch eigentlich einiges herstellen können oder ja schau mal 12 die lasse ich jetzt auch laufen wir holen den baumstamm dann können wir nämlich noch kohle herstellen aber die lasse ich hau lieber so eine nadelbaum weg die sind mir eh eine nadel im auge ja ja da waren es wieder mal 7 ich hatte tatsächlich ich hatte tatsächlich einen gut mit zehn stämmen also insgesamt mit dem mit dem stumpf stamm ja ja gut wie man das konstant einblenden könnte also manchmal so da machen wir uns jetzt erstmal hier noch kohle was geht 15 zumindest doch schon mal etwas im anbus können wir uns herstellen die schaufel ich brauch zumindest einen eisenbahn dann kann ich mir schon dann kann ich mir zumindest die schaufel schon mal herstellen die ist nämlich auch ultra wichtig finde ich ja okay weil dann kann man nämlich diesen grabstock weg tun mein brot ist fertig und ich kann aber nicht noch mehr was hat ein eigen spiegel als 20 in 15 sekunden Butter aus Samen Butter aus Milch ich brauche Brot aber dazu brauche ich Mehl und für Mehl brauche ich wiederum Korn da greift eins ins andere also ich werde auf jeden fall bis zum nächsten mal noch einiges am Brot herstellen also dass ich vielleicht mit einem mit einem 50er stack oder sowas losziehen kann und ich schaue dass ich auch Kisten noch herstellt bevor ich irgendwas anderes halt warte mal vor lauter labern vergisst man eigentlich dann schon wieder was man machen wollte ich wollte doch eigentlich das Korn holen hier das Weizen dass ich noch ein bisschen Mehl produzieren kann während ich hier laber Mehl so viel geht wahrscheinlich ähnlich oder wie kann ich ihn herstellen stell doch einfach mal alles her oder besser gesagt 25 soll ich mach 20 20 Mehl sollten jetzt erstmal reichen weil ich muss ja die Viecher auch noch füttern und farmen ja jedenfalls wie gesagt zum nächsten mal habe ich dann mir einen kleinen Vorrat angelegt so dass wir losziehen können ohne groß noch was herzustellen ich werde vielleicht natürlich keine Ahnung jetzt sowas hier einsammeln oder Wasser einsammeln aber ich möchte jetzt nicht mehr groß hier noch was herstellen müssen um loszuziehen sondern das möchte ich direkt dann mit euch machen und ja von daher ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch einen schönen Tag restliche Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal macht's gut ciao 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017